Mitte April ist eine gesetzliche Neuerung in Kraft getreten, die bedeutend praktische Auswirkungen auf haftungsbeschränkte Unternehmen hat, und zwar die inflationsbedingte Anhebung der monetären Schwellenwerte im Handelsgesetzbuch. In unserem heutigen Podcast wollen wir uns diese Neuerungen gemeinsam genauer anschauen und erläutern, welche Auswirkungen sich daraus für Unternehmen und Abschlussprüfer ergeben können. Fragen wirft die Gesetzesänderung insbesondere für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 auf. Hier könnten Sie als Unternehmensverantwortlicher oder auch als Abschlussprüfer gefordert sein und müssen gegebenenfalls Entscheidungen treffen. Auch darauf wollen wir gleich näher eingehen. Ich freue mich erstmal, dass ich heute als Expertenprofessor Dr. Bernd Stiebi begrüßen darf. Er leitet im IDW den Bereich Financial und Sustainability Reporting und mein Name ist Valerie Wachter. Hallo Bernd. Bernd, durch das Änderungsgesetz werden die monetären Schwellenwerte im HGB angehoben, das heißt also die Bilanzsumme und die Umsatzerlöse, und zwar jeweils um 25 Prozent, dicht angehoben werden muss. Logisch, die Anzahl der Arbeitnehmer, die bleibt inflationsbedingt unangetastet. Erklär uns doch bitte mal, welche Bedeutung diese Schwellenwerte überhaupt haben. Ja, lieben Dank, Valerie. Schön, dass wir hier das Gespräch gemeinsam führen können. Ja, du hast die Schwellenwerte angesprochen. Im Kern sind die ja geregelt in § 267 HGB. Diese Vorschrift, das ist schon mal ganz wichtig, gilt für Kapitalgesellschaften und ihnen gleichgestellte Personenhandelsgesellschaften. Will also heißen, wir reden hier nicht über Gesellschaften, die unter das Publikitätsgesetz fallen. Im Kern geht es dann eben auch darum, dass hier die Einstufung in die Größenklassen vorgenommen wird, also in klein, klein, mittel und groß. Ja, dadurch, dass die Schwellenwerte jetzt angehoben worden sind, die monetären, du hast gesagt, um 25 Prozent, ist es jetzt grundsätzlich so, dass eben mehr Unternehmen in kleinere Größenklassen fallen. Das heißt also, die ganze Skala verschiebt sich ein wenig in Anführungszeichen nach links. Was dann eben auch bedeutet, dass natürlich dann die jeweiligen für die Größenklassen vorgesehenen Erleichterungen bei Aufstellungen, bei Prüfungen und Offenlegungen in Anspruch genommen werden. Hinweisen sollten wir vielleicht auch noch auf den Konzernabschluss. 293 HGB regelt ja die Aufstellungspflicht eines Konzernabschlusses, wenn bestimmte Größenkriterien eben überschritten werden. Und auch hier führt das natürlich dann dazu, dass gegebenenfalls weniger Konzerne oder weniger Konzernmutterunternehmen in eine Aufstellungspflicht hineingehoben. Wie bewertet das IDW denn diese Anhebung? Du hast es angesprochen, es werden Unternehmen aus der gesetzlichen Prüfungspflicht beziehungsweise aus der Pflicht zur Konzernrechnungslegung tendenziell herausfallen. Wie ist da die IDW-Meinung? Ja, ich glaube, zunächst mal muss man auf den Grund dieser gesetzlichen Anpassung schauen. Und im Hintergrund ist natürlich der Inflationsausgleich und damit eben eine intendierte Entlastungswirkung bei den Unternehmen. Man muss sich auch vorstellen, die letzte Anpassung war 2014, liegt also im Grunde um zehn Jahre zurück. Insofern scheint uns beim IDW diese Anpassung nachvollziehbar. Man muss ja auch sehen, Unternehmen, die eben materiell ihr Geschäft gar nicht nennenswert ausgeweitet haben, würden also alleine aufgrund der Inflationswirkung eben in größere Größenklassen mit den entsprechenden Pflichten einsortiert werden. Und das scheint natürlich auch nicht konsequent. Insofern haben wir auch gegenüber der EU-Kommission und auch dem nationalen Gesetzgeber darauf hingewiesen, dass das schon eine sinnvolle Änderung ist. Aber eben auch mit dem deutlichen Hinweis, das bitte möglichst pragmatisch, praxistauglich umzusetzen. Dann vielleicht eine der zu Beginn drängendsten Fragen. Ab wann gelten denn diese erhöhten Schwellenwerte nun? Ja, grundsätzlich ist das so geregelt, dass das für Jahresabschlüsse und Lageberichte gilt ab dem Geschäftsjahr 2024. Allerdings hält der Gesetzgeber hier auch die Option für die Unternehmen parat, also ein Wahlrecht, eine rückwirkende Anwendung auch schon für das Jahr 2023 vorzusehen. Kannst du uns die Anwendung des Wahlrechts vielleicht mal an einem Beispiel erneutern? Also wann ist ein Unternehmen bei Ausübung des Wahlrechts dann als beispielsweise klein einzustufen? Genau. Ja, das wird jetzt ein bisschen technisch in der Antwort. Ich glaube, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ja quasi die Regel mit den zwei von drei Schwellen, die eben überschritten werden müssen oder eben auch unterschritten werden. Und um es genau zu sagen, ist ein Unternehmen jetzt nach diesen neuen Vorgaben als klein, wenn es eben mindestens zwei der drei neuen Schwellenwerte nach neuem Recht also für eine mittelgroße Gesellschaft nicht überschritten hat. Im Einzelnen würde das bedeuten, dass es hier eben der 31.12.2023 sein kann und der 31.12.2022 oder eben auch der 31.12.2022 und 31.12.21. Nun liegt ja das Ende des Geschäftsjahres 2023 hinter uns und die Arbeiten am Jahresabschluss sind in vollem Gange, vielleicht sogar auch schon abgeschlossen. Was ist denn, wenn ein Unternehmen seinen Abschluss bereits auf Grundlage der bisherigen Regelungen festgestellt hat? Kann es dann noch von dem Wahlrecht Gebrauch machen? Ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Hier muss man, glaube ich, differenziert antworten. Es kommt darauf an, wann der Abschluss genau festgestellt worden ist. Im Detail also, ob die Feststellung vor oder nach dem Inkrafttreten des Gesetzes am 17.04. gelegen hat. Sollte der Abschluss vorher festgestellt sein, ist es möglich, den Abschluss ausnahmsweise durch einen neuen Jahresabschluss zu ersetzen, in dem dann eben auch die Erleichterungen in Anspruch genommen werden können. Sollte er nachher festgestellt worden sein, also nach dem 17.04.2024, ist keine Ersetzung mehr möglich. Hier wäre es allerdings möglich, allerdings dann eben ausschließlich dafür, also sprich die Offenlegung von den Erleichterungen gebraucht zu machen. Nehmen wir jetzt einmal an, die Abschlussprüfung hat im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderung bereits begonnen, war aber noch nicht abgeschlossen. Was passiert in diesem Fall, wenn das Unternehmen rückwirkend von seinem Wahlrecht Gebrauch macht und dadurch dann retrospektiv nicht mehr prüfungspflichtig ist? Ja, ich glaube, das muss man jetzt juristisch einordnen. Also im Kern haben wir hier einen Wegfall der Geschäftsgrundlage, beziehungsweise eben auch die objektive Unmöglichkeit des Abschlussprüfers, seinen Pflichten, also sprich der Erfüllung des Prüfungsvertrages nachzukommen. Allerdings hat das keine Rückwirkung. Das heißt also, für die bis dahin erbrachten Prüfungsleistungen hat der Abschlussprüfer dann auch seinen vollen Honoraranspruch. Meine abschließende Frage an dich, Bernd, wie können Abschlussprüfer die Unternehmen unterstützen, die genau vor der Frage stehen, wie sie sich in Bezug auf das Geschäftsjahr 2023 verhalten sollen? Ich glaube, da ist es zunächst mal sehr hilfreich, diese Option mit dem Mandanten, dem Einzelnen zu erörtern. Auch eine freiwillige Abschlussprüfung hat ja einen Wert und man muss, denke ich, vor allen Dingen auch im Auge behalten, wie sieht eigentlich die zumindest halbwegs prognostizierbare künftige Entwicklung der Unternehmen aus. Sollte da auf absehbare Zeit durch Wachstum der Unternehmen wieder eine höhere Größenklasse erreicht werden und die Prüfungspflicht dann in Anführungszeichen wieder einsetzen, wäre natürlich auch in der Tat zu überlegen, ob man diesen Zwischenzeitraum dann eben auch mit einer durchgängigen, dann freiwilligen Abschlussprüfung füllt. Vielen Dank, Bernd, für die Erläuterung. Ich denke, das hat uns hier schon gut vorangebracht und ich denke, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben gesehen, dass die Anhebung der HGB-Schwellenwerte eine sinnvolle Maßnahme ist. In Bezug auf das Geschäftsjahr 2023 sollte im Einzelfall untersucht werden, ob es ratsam ist, das Wahlrecht auszuüben und bereits für das abgelaufene Geschäftsjahr die neuen erhöhten Schwellenwerte anzuwenden. Unternehmen, deren Größenmerkmale sich in den änderungsrelevanten Bereichen befinden, ist anzuraten, sich mit ihrem Abschlussprüfer zu besprechen, welches vorgehend da im Einzelfall am sinnvollsten ist. Einzelheiten zu den verschiedenen Fallkonstellationen finden Sie in einer Arbeitshilfe, die der Fachausschuss Ersinnungsgerichterstattung gemeinsam mit dem Hauptfachausschuss des IDW erarbeitet hat. Das Dokument finden Sie im Mitgliederbereich der IDW-Webseite. Außerdem hält das IDW Sie regelmäßig über weitere Entwicklungen in rechnungslegenden Prüfungen in seinem Newsletter-Dienst IDW aktuell auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.